Ja, ich möchte Ihnen zunächst meine Gesprächspartner vorstellen, Piratdozentin Dr. Anita Müller-Friese. Sie ist Referentin für Sonderschule am Religionspädagogischen Institut in Karlsruhe, der Badischen Landeskirche. Und das Pendant dazu ist im Grunde Herr Dr. Wolfhard Schweikert am PTZ, am Religionspädagogischen Institut der Württembergischen Landeskirche in Stuttgart. Beide also Experten für den sonderpädagogischen Bereich. Experten, die bereits hier auf unserer Jahrestagung des Arbeitskreises für Religionspädagogik Vorträge bzw. Workshops zu diesem Thema gehalten haben. Zu dem Thema Inklusion. Was bedeutet Inklusion für die Religionspädagogik? Und ich würde als erstes fragen wollen, welche besonderen Chancen sehen Sie denn für die Religionspädagogik in der Auseinandersetzung mit dieser Inklusionsthematik, die uns ja vor allem durch die UN-Resolution nun ins Haus getragen wird? Ja, ich sehe drei Chancen. Die erste Chance ist die, dass die Realität wahrgenommen werden kann. Gerade im Religionsunterricht haben wir immer eine Vielfalt von Schülerinnen und Schülern zusammengewürfelt aus unterschiedlichen Klassen und Gruppen. Und die Heterogenität, die damit gegeben wird, kann man in einem inklusiven Ansatz ernst nehmen, wertschätzen und versuchen, durch den Unterricht darauf einzugehen. Die zweite Chance, die ich sehe aus der Perspektive von Menschen mit Behinderungen, dass die im Augenblick vorhandene, gegebene Ausgrenzung, die durch die Schularten vorgegeben wird, aufgehoben wird und die Möglichkeit besteht, für Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzulernen und zu leben. Und die religionspädagogische Chance insgesamt sehe ich, dass das, was wir im Religionsunterricht eigentlich wollen, im heterogenen, im inklusiven Unterricht ermöglicht wird, nämlich zum Beispiel das Subjekt wahrzunehmen und in seiner Einzigartigkeit und Besonderheit zu schätzen, die Wertschätzung des Einzelnen zu haben, aber auch die Herausforderung, aufeinander zuzugehen, sich gegenseitig zu unterstützen, zu helfen und damit das zu leben, was in der Glaube eigentlich wird. Nun ist auf unserer Tagung ja auch immer wieder kritisch angemerkt worden, dass Inklusion wirklich auch eine Herausforderung darstellt, die auch Überforderungen implizieren kann, für viele Ängste auslöst, können wir das eigentlich alles schaffen. Gibt es auch Grenzen der Inklusion, wo man sagen muss, dass es vielleicht besser ist, sich von Inklusion fernzuhalten? Wolfgang, vielleicht mal gibst du was dazu. Durchaus auch Grenzen. Eine Reaktion von Rainer Lachmann nach Anita Müllers Friese-Vortrag war, das ist ja alles realitätsfern. Wir haben Klassen von 30 Schüler und Schülerinnen. Wir haben Rahmenbedingungen momentan an unseren Schulen, die Inklusion so nicht ermöglichen. Das heißt, wir müssen Rahmenbedingungen auch verändern. Und zum Glück haben wir eine Forschung der Integrations- und Inklusionsforschung, die in den letzten 30 Jahren auch viele empirische Ergebnisse zutage gebracht hat. Und diese Ergebnisse sind auch gewisse Qualitätsstandards. Das heißt, man empfiehlt Klassengrößen, die nicht mehr als 24 Schüler und Schülerinnen stark sind, bei zwei bis drei Kindern mit Behinderung und einem zwei-Pädagogen-System. Das wäre jetzt auf der personellen Ebene. Rahmenbedingungen sind auch Räume, die möglichst dann auch barrierefrei sind. Da merkt man schon, da ist Geld, da sind Kosten mit verbunden, bis hin dann auch zur Qualifizierung von Religion-Pädagogen und Pädagogen. Da würde ich auch noch ergänzen, eine weitere Chance ist in der Inklusion auch, dass unterschiedliche Professoren, die bislang separiert sind, zusammenkommen und Sonderpädagogen, Sozialpädagogen stärker dann in die Regelschule mit eingebunden werden und hoffentlich da auch der Religionsunterricht von profitiert. Das heißt, Inklusion ist nicht postenneutral zu haben und außerdem muss sich natürlich auch etwas verändern, Rahmenbedingungen, vielleicht auch die Ausbildung an unseren Hochschulen. Mich würde noch, ja, bitte. Zu der Kostenneutralität, es gibt Forschungen, die sagen, es ist nicht zum Nulltarif, aber es ist nicht so teuer, wie manche denken. Also, weil man ja auch was einspart, es kostet nicht nur mehr, sondern man spart auch bestimmte Sachen ein und ich würde ergänzen, eine wichtige Herausforderung ist auch noch die entsprechende Pädagogik und die entsprechenden Unterrichtsmaterialien. Zur Kostenneutralität noch, es ist durchaus so, dass das, wenn man nicht ein doppeltes System fährt hier, sondern Schulsystem und Integration, sondern wenn es ein System ist, dann ist es kostenneutral, aber der Umbau kostet natürlich immens Geld und wenn Politiker das wollen, nein, sie müssen es, dann müssen sie auch Geld in die Hand nehmen. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage, die nun spezifischer auf den Religionsunterricht zielt. Können wir von Inklusion reden und Inklusion wollen und gleichzeitig weiter einen konfessionellen Religionsunterricht propagieren? Vom Konzept der inklusiven Pädagogik oder der Pädagogik der Vielfalt aus, da wird deutlich, dass wir eigentlich gemeinsam lernen. Was wir im Religionsunterricht tun, ist die gemeinsame Lerngruppe, die Klasse aufzuteilen, um Konfessionen, Religionen anschauen. Evangelisch-katholischer Religionsunterricht, islamischer Unterricht, heißt Ethikunterricht, und daher gibt es da eine klare Differenz. Um gemeinsam zu lernen, wäre auch nötig, dass Schüler im Religionsunterricht auch Zeiten haben, in denen sie sich mit anderen Konfessionen, mit anderen Religionen, mit Schüler anderer Weltanschauungen auseinandersetzen. Aber aus meiner Sicht wäre es wichtig, in Richtung des selbstständigen Fächerverbundes weiterzudenken, die die EKD ihrer Denkschrift 1994 ins Gespräch gebracht hat. Das glaube ich aber nicht heißt, dass damit die konfessionelle Orientierung des Unterrichts aufgewogen wird oder aufgegeben wird. Also es wird in meiner Meinung nicht notwendig sein, so einen sachgründlichen Religionsunterricht zu machen, sondern im Gegenteil. Wenn verschiedene zusammenkommen, wird die Herausforderung der Orientierung oder der Vergewisserung, was eigentlich meine Konfession ist, größer. Und dafür müssen natürlich Hilfen und Materialien bereitgestellt werden. Aber es kann zu einer größeren Beheimatung führen, wenn ich anderen erklären muss, was es denn bedeutet, dass ich evangelisch bin. Insofern beinhaltet tatsächlich die Inklusionsthematik eine vielfältige Herausforderung für die Religionspädagogik, wo wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch sehr viel arbeiten müssen. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Interviewbespräch und wünsche uns allen, dass wir in dieser Thematik weiter vorankommen. Ja, vielen Dank.